Willkommen zu einem Late Night Together wir haben es 3 Uhr morgens und ähm sind total abgefuckt und wir spielen Vegas haha nicht ganz ernst jetzt ne? ja doch! wie jetzt? Nein, ich hab die scheiß Brandfalle vor meine Nase gesetzt haha äh ja da bin ich übrigens der Adera ne? wer mich nicht kennt okay, schon wieder tot, äh äh, so ein Schatten ist auch mit einer Partie oh man wir haben Besuch und die Schatten, ne? na, schon ist schon wieder tot schon wieder tot, man, voll abgefuckt Allah eine kleine Info, wir ballern uns jetzt hier seit 3 Stunden oder so durch etliche Maps und äh man kann es übertreiben naja, 3 Stunden ja, ihr, aber ich bin ja erst später als gut okay, der Adi, der ist ein bisschen später zugekommen hat sich zigmal beschwert, dass doch das Spiel so scheiße ist ey, das Spiel ist nicht scheiße das Spiel ist einfach nur ultraschwer oder so und ihr habt, ey, es gerade gehört ähm, dem Schatten wurde ein Blowjob angeboten das ist doch mal... die nimmt das auf solle Sache jaaa nein, ich nimm's nicht auf, das nimmt der Schatten auf ich bin unschuldig äh, DJ meine ich hey, hey, hey jetzt weiß jeder Bescheid ja, jetzt wissen alle, dass du Blowjobs verteilst, ey das auch noch umsonst Alter, ich schwöre dir dieses Video mit so wie du bei meinen schlagen jaaa jetzt wissen die auch, dass du meine Freundin bist und dass du Blowjobs verteilst jaaa, aber nur an gewissen Leute an dich also Leute, schreibt in die Kommentare, wenn ihr einen Blowjob wollt jaaa der DJ wird die Person dann auswählen haha wir machen einfach mal ein Giveaway haha 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 Leute, ich bin voll am berecken wegen euch ich muss das machen haha ich weiß gar nicht, wo die Gegner sind zum Glück ist der Soundfuck weg haha so, den schießen wir mal ganz gepflegt die Nüsse von dem von der Palme haha so äh, nein, Mann, Jungs macht eine Scheiße heute haha Scheiße, ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr und so oh ey, da sind schon alle tot, ey ja, mal wieder also jetzt sehen die ganzen Leute mich hier rumnuben so richtig nein der hat mich gar nicht angeschossen oh, voll haha oh, Kinders, Kinders geh mal Sachen oh, scheiße ich kann nicht mehr dann nimm jetzt mal dann mach mal Stopp dann sag tschüss und sag stopp ja mach zumal Start hier wie nochmal entschuldige so alle warten so nur auf mich, ey ja, ich mach die Tür auf und ah äh, Leute, ihr seid doch voll behindert von wem wurde ich denn jetzt erschossen? äh, erschossen erschossen schuss schuss ey, Leute, guck mal, wir sind voll am abnippeln nur, weil wir hier voll die Lachfleischs haben, ey oh, scheiße mach die scheiß Tür auf hm 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 der wollte da hochklippen ab hm 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 oh, man hm 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 überlegt, sterbe ich jetzt in der Falschung? Es ist ein Dreier hier, oder? Aber hier ist keiner, Hauptsache ich bin gestorben Scheiße, ist das was? Wo bist du? Ne, leider irgendwie nicht, hab ich auch schon drauf Schau wieder von hin, ey, das kann ja nicht sein, ey Ja Erschieß es! Ach, fuck Nein! Naja, komm, ein Schwein noch Nimmst du noch auf? Ja Ja Toll Komm, den schwein noch und dann Ist unser Late Night hier auch schon zu Ende, ja? Ja So geil Auf, auf, auf Ey, das fände ich heute noch, Alter Warum hat's denn dich nicht erwischt? Mich hat's eben voll erwischt auf meine eigene Pumpkranat Ja, blöde Finger Mein eigenes Schuss aus Glaub ich zumindest Ja, ich auch Ist einfach eine lustige Runde hier Geh nur, ups Was? Ja Er ist mir alles zu unsicher hier Noch 13, komm zusammenreißen Nein, warum bin ich eigentlich mal der erste hier, verreckt? Keine Ahnung Du deckst mir den Rücken? Ich deck dir den Rücken Du deckst mir den Rücken? Ich deck dir den Rücken Du deckst mir den Rücken? Ich deck dir den Rücken Hey du, du kommst weg Meinst du, du tötest kommen da so Sprüche Hey, der schuldet mir noch Geld Ich wurde befördert, obwohl ich zugeguckt hab Ja, ich weiß, kriegst was zum EP Er gibt voll Sinn Irgendwie schon, ne? Yeah Perfekt Ja, das war's auch mit dem Late Night Spezial hier Und, um Ja Da kommt sicherlich noch mal irgendwann mal was Ist hier richtig Sicher Und, um Ja, denn bis denn Tschüss Tschüss Tschüss